Ich habe gar nicht gemerkt, dass ihr schon da seid. Leute, ihr werdet es kaum glauben und ich wette, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Denn heute feiert mein Kanal seinen fünfjährigen Geburtstag. Heute, genau vor fünf Jahren, habe ich dieses Entertainment-Goldstück hochgeladen. Meinen ersten Vlog. Hallo alle zusammen, ich bin's, die Funky Girl. Vielleicht hast du schon das ein oder andere Video auf Funky Girl N01 gesehen. Wenn nicht, ist auch egal. Ich habe mich nur dazu entschlossen, Videos auf Deutsch zu machen und nach einem Jahr wird es auch mal wieder Zeit, Videos online zu stellen. Und viele weitere Videos mit dem Predikat absolut realitätsnah. Ja, ich bin gleich da. In fünf Minuten bin ich da. Bin unterwegs. Platz drehen! Das hat ja Testen. Kein Plan, wie man damit umgeht. Eskalation! Ich kann jederzeit damit aufhören. Ich schwöre, lass mich nur kurz Sucht googeln. Ja, Pubbing wird sogar mit Alkoholnissbrauch verglichen. Ich kann jederzeit damit aufhören. Ich schwöre, lass mich nur kurz austrinken. Natürlich akzeptiere ich die Meinung, denn wir sind ja erwachsen. Und, wie lief's? Ey, richtig gut. Ey, wenn das keine Eins wird, weiß ich auch nicht. Sicher? Ey, hast du eigentlich schon eine Reaktion? Ja. Alle sterben. Es ist so, als ob mein Gehirn einen Krieg zwischen den Gehirnzellen anzettelt, wenn solche Fragen auftauchen. Fünf Jahre lang Selbstgespräche. Warum hast du es geliked? Doch, hast du. Sehen ihre Profile so aus, als wär sie nicht oft online? Sorgfältig ausgewählte Höflichkeiten gegenüber meinem Zwilling. Sieht scheiße aus. Passt zu dir. Lach doch mal. Ich bin gut gelaunt, Bitch. Von der Mega-Fail. Du bist echt nervig. Sehe ich da etwa falten? Einmal die Adresse. Du fängst an, scheiße auszusehen. Und unendliche Dankbarkeit, dass niemand in diesen Momenten an meiner Tür geklingelt hat. Hallo und herzlich willkommen zu meiner ultimativen Comedy-Show. Wir brauchen Disziplin. Ohne Logik und Disziplin sind wir nix. Wer ist jetzt der Loser? Für mich bitte keinen Raum. Ich danke euch für eure Abos, fürs Kommentieren, fürs Liken und fürs Teilen. Und zur Feier des Tages und als Dankeschön für eure Treue werde ich versuchen, in der kommenden Zeit jeweils am Dienstag ein zusätzliches Video hochzuladen. Das heißt, zwei Videos pro Woche. Außer ich merke, es wird zeitlich eng oder dass ich Bullshit hochladen würde. Dann bleibt es natürlich bei Freitag um 13 Uhr. Und wir sehen uns dann auch am Freitag um 13 Uhr wieder, überraschenderweise. Habt eine schöne Zeit und bis Freitag. Au revoir. Bis bald! Bis zum nächsten Mal.